Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen Entfernen Sie die einzelne P1-Kreuzschlitzschraube, um das M.2 Solid-State-Laufwerk in die Federspannungsposition zu bringen. Ziehen Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk aus dem Steckplatz auf der Hauptplatine. Ersetzen Richten Sie die Kerbe am M.2 Solid-State-Laufwerk mit dem Keil im Steckplatz auf der Hauptplatine aus. Platzieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk in einem Winkel von 30 Grad in seinen Steckplatz und setzen Sie es ein. Drücken Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk nach unten und setzen Sie die einzelne P1-Kreuzschlitzschraube wieder ein, um das Laufwerk an der Hauptplatine zu sichern.